Jo, was geht ab? Efti hier. Und zwar seht ihr gerade ein Eichhörnchen. Guck mal wie süß es ist. Da war gerade ein zweites Eichhörnchen und ich habe mir gedacht, sind das vielleicht freundemäßig? So und dann haben sie sie so angegriffen und der eine rennt weg. Ich habe mich totgelacht. Da ist ja der Abgeordnete. Jetzt musste ich für den Soßwannen locken. Es ist jetzt Abend geworden. Jetzt sind wir hier vor einem Club. Und jetzt gehen wir mal in den Club rein. Gerade im Club. Ein bisschen laut hier. Könnt ihr euch vorstellen. Es geht ein bisschen ab. Jetzt sind wir schon am nächsten Spot. Aber gut? Ein Bild? Ja. Es ist so, dass du sie vermisst. Sie müssen in den Club rein. Ah, das stimmt. Sag etwas. Was ist denn? Willkommen aus der Kalifornien. Ja. Wer ist es für? Es ist blau. Und hier? Alle? Alle? Ja. Und jetzt sind wir gerade hier. was am Trinken und gehen jetzt zum nächsten Spot. Vielleicht können wir Karouke singen hoffentlich. Das wird mein Plan. Auf dem Weg zum nächsten Spot. Diesmal ist das eine Karaoke Bar. Freue mich schon voll. Und ist das ein McCann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020